Musik Von der Straße auf die Bühne. Diesen Sprung hat die junge Stuttgarter Band The Progressive Folk Orchestra geschafft. Auf ihrer Reise durch Deutschland sind sie zu uns ins Studio gekommen. Wie aus vier jungen Musikern ein Orchester wird, das haben sie uns gezeigt. Ja, das Orchester sind wir vier und die letzte Platte war halt sehr, sehr folkig und wir hatten auch eine Geige dabei, die mehrstimmig gespielt hat. Da sind wir jetzt ein bisschen davon weggekommen und haben halt dieses Orchestra-Element eher in den Instrumenten drin. Also wir machen verrückte Effekte, wir drehen ein bisschen ab, wir haben einen größeren Sound als für manch andere Folkband und dadurch nennen wir uns Orchestra. Einfachen Instrumenten wie Gitarre, Bass und Schlagzeug entlocken die Jungs ungewöhnliche Klänge. Durch ihre individuellen Ideen entstehen oft unerwartete Sounds, die den progressiven Stil der Band widerspiegeln. Unterschiedlichste Elemente lassen den Hörer auf eine musikalische Reise gehen. Musik Die Idee des Progressive Folk Orchestra begleitet Bandgründer Michael schon einige Jahre. Wie sich die Truppe in heutiger Formation zusammengefunden hat, erklären sie euch am besten selbst. Lange Geschichte, weil die Band hat schon sehr viele Besetzungen erlebt und hat angefangen mit mir. Ich habe die erste Platte mit verschiedenen Musikern gemacht und wir waren einfach auf der Straße mit der Band und dann hat uns mal irgendwann mal angesprochen und gesagt, wir sollen mal mitkommen zu einer Kneipe, wo man Musik spielen kann, so jammen. Und dann haben wir den Jonas kennengelernt. Daraufhin kannte der Jonas halt den Erik. Der Erik ist auch neu, ist in der Band dabei, ist sein erster Gig mit uns gerade. Hey. Als neuer Sänger und so kam der Kontakt zustande und der andere ist dann auch in die Band noch reingekommen, so auf anderen Wegen. Ja, da hast du so eine ganz nette Anfrage auf Facebook gestellt, du brauchst einen Bassisten. Und dann habe ich mir das Zeug angehört und dann habe ich mir gedacht, naja, darf ich so auf jeden Fall mitspielen. Ich schicke mal dem Micha eine Aufnahme von meinen Basslinien und mal schauen, ob es ihm gefällt. Und das scheint, hat es irgendwie gefallen. Doch wenn vier Freunde so viel Zeit miteinander verbringen, kommt es verständlicherweise auch mal zum Streit. Aber die Musiker haben eine besondere Art und Weise, damit umzugehen. Ja gut, Zeit und Streit. In Bezug auf manche Dinge bestimmt, ja, natürlich. Zeit, Kleinigkeiten. Aber ich meine, das gehört natürlich zur Band dazu oder zur Bandentwicklung dazu, dass man sich streitet. Und wie jetzt auch schon Ander gesagt hat, dass man sich dann aber auch wieder verträgt und es dann zusammenbaut, um vielleicht das, was noch viel besser werden kann, auch zulässt. Und ich denke tatsächlich auch, also ich sage so gerne, dass es keine Probleme gibt, sondern nur Herausforderungen. Und ich denke, dass wir zu viert uns da super ergänzen, um eben tatsächlich Herausforderungen zu bewältigen, dass wir nicht vor einem Problem stehen und nicht weiterkommen. Und wir ergänzen uns da wunderbar und es geht einfach weiter. Nach dem ersten Album, Journey to Yourself, haben die Jungs noch lange nicht vor, aufzuhören. Also es ist schon ein Jahr alt, haben wir am 1. Februar 2015 veröffentlicht, haben da auch acht Jahre gebraucht, um es zu machen. Also mit Songwriting angefangen, dann haben wir zwei Jahre Aufnahmen und so weiter und so fort. Ja, aber wir haben uns einfach mega schnell entwickelt, wir haben sehr viel gespielt und jetzt, wie gesagt, auch eine neue Besetzung. Und ja, das neue Album, an dem wir jetzt arbeiten, das geht schon wieder in eine andere Richtung. Und da würde ich einfach sagen, dass wir uns mal überraschen, was da kommt. Wir haben da schon jede Menge Ideen. Und wenn es gut läuft, schaffen wir das Album so innerhalb von einem Jahr rauszubringen, das neue. Doch nur bei einem neuen Album wird es nicht bleiben. Die Gigs werden immer größer und mit der geplanten Deutschlandtour will sich die Band einen Namen in der Musikszene machen. Wir freuen uns drauf zu sehen, wie sich die Band weiterentwickelt.